Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von League of Legends mit Kucha, Sprintheart, Paddock, Danston und Chitsudo. Ich bin raus. Ciao. Alright. User to our channel. User to our channel. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich schon Leute bezahlt, die für mich die Ansage machen, weil ich schon zu abgehoben bin, um sie selber zu machen. Ich bin ein Stück Scheiße, bist du. Hey, hey, hey. Oh, sorry, was geht denn los? Ja. Jetzt schneide ich raus, Kucha, ist kein Problem. Du bist sowieso immer bei mir, schneidest mich doch eh immer raus. Ich mute dich, weil du so nervig bist, Kucha, weißt du noch. Leute. Ich bin ein bisschen frech, dass ich so einfach angemeldet habe, wo ich noch gar nicht auch gegessen habe. Warum haben wir eigentlich, ach so, ja gut. Das stimmt, ja. Ja gut, aber ich wusste halt, du kannst du auch. Ein Stück Kutterbutter aufs Fleisch, mhm. Oh, lecker. Da läuft mir ja schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, mir woanders. Kucha fängt übrigens bald nächste Woche jetzt auch mit kochen an, auf YouTube. Ja. Let's go, wie lobt. Let's go, 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 let's go. Ninja Cooking. Der Ninja Cooking. Vom Wasser zum Binaigrette. Ähm. Warum ist Mats eigentlich ein dummer Wichser? Warum hast du Asie genommen, Mats? Weiß nicht. What the fuck? Du hast doch gerade nur Eswe. Ich fand Asie passender. Ja, natürlich. Ja, wird eine bestimmte gute Lane. Na geil, dann kann ich ja den CS nehmen. Hab ich denn dauernd eine Diana in der Mitte? Das ist wieder cool, oder? Das ist ein Zeichen. Oh, ich hab die Bauchschmerzen. Kann mir an den Bauch kraulen? Oh ja, warte, ich komm vorbei. Steamerin, Diana heißt? Nein. Alter, kannst du das Ding mal tinken, du komischer Foll? Warum soll ich das denn tinken? Was geht? Alter, ja. Mats ist auch der Meinung, dass man dem Support immer voll in die Auge gehen soll. Ich bin nicht immer, aber wenn du zum Beispiel das wie Crash spielst, oder Leona. Das macht total viel Sinn. Leute, Leute. Wir sind hier zu simp. No way, dass ihr aufnehmt. No way for you? Ha! Der spielt doch bei Sharks, oder? Ja, das ist leider nicht auf. Fake-Tag. Hä? What the fuck? Wir nehmen auf. Das orientiert uns. Ja, sicher. Nur weil ich no way for you Sharks sage, deswegen nehmen wir dich auf. Was ist das denn für Logik, ey? Hallo. Alter, da merkt man wieder, der Xio hat sich die Hirnzellen weggeraucht, ey. Was, da merkt man wieder, dass Peric Dräder ist. Hallo, ich bin Xio Blazant. Dräder. Was nehmt ihr denn auf? Alter, was ist das hier für ein Chaos? Wir nehmen ein Normal-Game auf, jetzt chillt eure Arcaronis. Achso, alles klar. Viel Spaß beim gucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ah, was ist das? Der Xio, Alter, das war ein Retard. Ist das ich jetzt gemutet? Nee. Jetzt finish sie. Alter, das war der Finish-Kill. Oh. Nice. Mazda, Alter, geiler. Geil rasiert. Geil rasiert, Bitches. Ich hab gedacht, das heißt, geht rasiert. Geilet abgestell. Alter, was ist denn jetzt, ey? Keine Ahnung, was ist das für eine krasse Lame? Ich meine, was das für ein krasser Support ist. Ja gut. Das kann ich dir mal antworten. Das bin nämlich ich. Boah, diese Fiora, ne? Die spielt doch öfter. Boah, scheiße, ich bin so dick, ey. Sag ich auch immer. Scheiße, ich hab so'n dick. Jetzt erst mal ne Cola. Oh, wow. Was wolltest du sagen, Denzen? Wolltest du mich dafür blamen gerade? Du weißt, es gibt nur eine Wunderkeule im Internet. Ja. Die Butchkeule. Oh, Denchitsulo, Alter. Da haut er aber die dicken Dinger raus, ey. That's what she said. Wow. Boah, ich hab so'n bauch. Mal gehört, Shih Tulu, du bist doch Main Jungler, oder nicht, ne? Da warst du auch die dicksten Insects hier, ne? Ja, die kann ich auch. Aber in meinen neuen AP. Weißt du, keine Ahnung, also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, ne? Aber mein Lee Sin, ne? Der ist so alternativ, der toppt alles. Hä, kannst du hier an meinen alternativ? Ein schöner Hipster-Li, oder was? Ja, ein schöner Hipster-Li. Vor allem mit Kutscha zusammen in Verbindung mit Fist. Hä, war ich nicht der Li und du warst der Fist? Nein, ich war der Li. Weißt du nicht mehr? Ja, ich bin doch mit Lee so ne richtige Graupe, ey. Ach stimmt, bei mir wär sowas ja nicht passiert. Ich mach da so richtig komische Moves einfach, wo ich mir so einfach nur epic 500 Mal vom Kopf hauen muss. Moves like Jagger halt. Wenn du so drei Wards mit dem Laufen vor dich stellst und auf keinen Wards schalten kannst. Ja, genau so ungefähr ist das gewesen. Aber nur noch schlimmer. Ich hab ihn erst aus der Ult vom Fist rausgekickt und dann hab ich ihn noch irgendwie, keine Ahnung, reingeflasht im Turm. Das wär das mal highlighten müssen. Onstream natürlich alles, ne? Vor zwei Leuten. Kommi! Geil, Alter, geil! Guck mal, ich wurde. Mann, Shitsulo, das ist einfach krass, was du hier machst. Das ist krass. Da will ich die Kill doch selber haben. Ja, weil ich die Kill selber habe. Ja, tryhard Flash. Ei, ei, ei. Denkst du nicht, lass dir den Kill oder was? War das eigentlich mit der Backdürre auch hin? Habt ihr die gerade gebackdürt? Ne, ich backdürre die ganze Zeit schon. Oh, geil. Die backdürrt man denn? Von hinten? Ne. Von oben? Ne. Von unten? Ne. Von der Hintertür halt. Achso. Hab ich doch gerade gefragt von hinten. Ne. Kutscher? Ne? Einfach ne? Ne. Aber habt ihr es langsam, oder? Ne. Ne. Oh, Gott, das hat mich getan, ey. Ne. Boah, ne. Ne. Ist mir egal. Zack. Krasser Typ, ey, diese Fiora. Schlitzt die einen Minion nach dem anderen auf mit ihrem Fliegen. Charplay, Charmau. Äh, pass auf. Da kommt was Spotlight. Boah, alter, krasser Typ. Dariener, kompott. Echt? Ja, ja, gelüxt doch. Ne, 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 ne. Doch, gelüxt. Ist gar nicht der jener. Manuel Neuer. Weißt du, wenn man 2 gegen 1 trotzdem nur Kill rausholt, ne, dann weiß man, man ist eine geborene Fiora-Spielerin. Spielerin vor allen Dingen. Gut, ich bin Fiora-Spielerin. Uff, fertig. Ich dachte, du bist gar nicht hingegen. Hm. Was soll das? Du bist ja doch da. Ich bin Xio. Oh, entschuldigung. Weed, weed. What went to? Plays and Plays. 4,20 Loders. Ey, so werde ich gar nicht. Klar, warum sägert sich Flästchen jetzt zu Wort? Ihr müsst immer schön langsam und gechillt reden. Durch die Lunge atmen. Alles. Und durch die Lunge. Das entspannt. Durch die Nase reden. Ja. So wie Xio. Aber habt ihr schon mal Xio und was in einem Raum gesehen? Ja. Ja, habe ich schon mal. Aber ich glaube, immer noch, das war so ein Phänomen, so eine komische Spiegelung. Die komische Lichtkrümmung. Ja, ja. So ganz komisch. Ich hatte auch, glaube ich, kurz irgendwie ein Aussetzer oder so. Den hast du täglich. Aber... Ja. Nee. Immer wenn ich mit dir im TS bin, weil dein Geräte mich einfach zu verblödet. Alter, was sind das für krasse Disses hier, ey. Hier ist es. Sagt man nicht mehr, zahl in Disse. Lass mich in Ruhe. Ab in die Disse. Diese eine... Kennst du diese eine Scrubs-Folge, Paddock? Nee. Wo der JD irgendwas macht und dann gucken alle außerhalb vom Krankenhaus ganz geschockt. Ja. Das ist die 50. Folge. Genau so war das, als wir da in das Sozialzimmer reingegangen sind. Nee, das mit 50, das geht ja nicht mehr. Das mit 50 geht ja nicht mehr. Das mit 50 geht ja nicht mehr. Okay, ja, 50. Das hat sich ja abgeschafft. Hat sich ja abgeschafft. Ja, und angeschafft. Alter, die Witze. Leute, die Witze. Ich verkauf meinen Körper oft für Geld. Wow. Oh wow. Können wir gar nicht sein. Vor allem an irgendwelche YouTuber mit 50.000 Abos. Richtig. Die haben es nötig. Ja, die haben halt das Geld. Kleinen Lustknaben. Die haben halt das Geld, aber sie gönnen sich halt auch mal was. Alter. Du hast doch bestimmt keine 50.000. Du hast doch bestimmt 55.000. Also mittlerweile. Ja. Dann verkauf dich doch nicht unter Wert. Gönnach, Flash. Ich hab doch nicht Supporter. Das hab ich gesehen. Ich mach mal einen auf Google. Textumschutzmann-Sieg. Zuschauer werden sich bestimmt gerade denken, Alter. Was ist denn das für eine Folge, ey. Wisstest du, dass wenn man den Patrick eingibt, dass man nicht zu YouTube-Patrick kommt. Hä? Ich nehm doch gar nicht auf. Hast du gehört? Ich hab über No Way For You geredet. Also da kann ich doch gar nicht aufnehmen. Das hörst du raus? So behindert, ey. 54.623 Abonnenten, ne? Weil, lässt sich auch die ganze Zeit runter. Wenn jetzt 377 Leute noch auf Abonnieren drücken. Oh mein Gott, ich bin so doof. Meister? Warum ist denn Deutschland eigentlich Deutschland? Weil davon eben die Lieblingsbörtchen Deutschlands. Das Beste zu sein, komm. Die sind knackig, Hühner. Würzig wie Deutschländer. Zart wie Prost. Genau wie meinst du Frankfurter Bockwurst. Genau. Oh Gott. Sehr gut. Ist kaum retardet heute, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Sollten wir auch das machen. Peric. Man kommt eigentlich wieder... Hm. Verlegen. Warum heißt Peric eigentlich Peric? Der ist behindert wie Peric. Na, weil von den sinnlosen Nicknames aus Deutschland das Beste zusammenkommt. Alter, ich krieg noch Depressionen wegen euch, ey. Soll geflipp behindert, ey. Guck mal, guck mal ein Stairs kurz, wenn du das kannst mit der Aufnahme. Standsen? Ja, warte. Hm. Blue Buff? Äh, sie, aber ich helf grad mal meinem Support. Und stäb ich hier. Ja gut. Plastand soll ich vielleicht mal überarbeiten. Hast du Bock auf die... Alter, ich komme, Leute. Ich komme. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Coolheads? Coolheads? Warte. Seid ihr bereit? отлич? Komme, 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 Komme. Oh, purchasing. The Price. Ik am Allah, player. Oh, shit. Oh, shit. Krassfl efect. Ich hab dich, Büro. Äh, preset적인成f ich gar nicht drin. Ich vermisse ihn so sehr, ne. Früher ungest du mir halt. Früher ist das selber für mich gesagt, wirklich. Ja kurzer, du spielst ja nur noch ranked. Du hast mich versetzt. Na ja, ich bin traurig. Ich bin es ja traurig eigentlich. Das ist kein Problem. Nee, ist okay. Nein, ich liebe dich trotzdem noch. Ja, ist okay. Ihr dürft jetzt auch gerne alle in den Chat einmal in die Kommentare stellen, dass ihr Kutscher liebt. Ach ja, stimmt. Abonniert vor allen Dingen Kutscher bei Twitter. Ja und deabonniert Peric. Ich muss ihn überholen. Und addet mich auf knuddels.de Ja, wie heißt er denn da? xxgermanfighter1996 German Cockfighter. 96? Oh, das ist aber... Wisch bei mir bei Tinder bitte nach links. Was ist das Gute auf Tinder? Nach links oder nach rechts wischen? Ich glaube nach rechts. Drück immer nur aufs Herz, wirst du? Weil du ein herzlicher Mensch bist. Heil gern, meine Liebe. Kawaii danzen. Love's in the air. Ich bin gestorben. Weil ich so schlecht bin. Kawaii danzen. Kawaii? 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 Der danzen voll Kawaii? Oh, danke. Wow. Der Echo, der ist ja echt nicht von dieser Zeit, oder? Toll. Wow. Krasse Ulti, Kutscher. Hashtag wir sind Lunatics. Oh mein Gott. Wenn ihr findet, was Danzen sich in Kawaii danzen umbenennen sollte, dann schreibt einfach alle Pleppen. Oh, Kutscher. Was war das denn, Alter? Hast du grad nen Schlaganfall, oder was? Alter, das war ja ultra schlecht. Alter, kannst du mal dein Maul halten? Oh Gott, Kutscher. Ich schäme mich grad ein bisschen dafür, dass ihr in der Aufnahme dabei bist. Ja. Ich mich auch. Mach ich ja bei Zulu immer. Und die Leute hast du zwar auch gut bekommen, oder was? Ich glaube nicht, ne. Doch. Die Leute sollen alle reinschreiben, dass ich Danzen in Kawaii danzen umbenennen soll. Ja und ihr sollt mich bei Twitter folgen. Ne, wenn sie das denkt, dann müssen sie Platt reinschreiben. Pack mir bei Twitter, da liegt das ja in der Beschreibung. Das hat Bless gesagt, also ich. Nein, 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 nein. Ich hab euch auch noch ein Raffling von meinem neuen Duschgel reingepackt. Könnt ihr auch mal drauf denken. Ja. Hey, du benutzt doch gar kein Duschgel. Dieser Zitronenduft ist sehr, 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 sehr nice. Der Raffling vom FM von Tausesau. Ja. Wenn ihr auch so gut riechen wollt, würde ich einfach mal den Raffling klicken. Dann dusche einfach mit einem Haufen Gescheiße. Ich dusche einfach einen Geldschein. Wer kann, der hat. Ey, was ist das denn? Peric ist halt ein Romantiker, ne. Für die Geschichte, als ich in Oberhausen gefahren bin, Auto ausgestiegen und Peric hat mich direkt mal auf einen Waldspaziergang eingeladen. Ja. Ich bin halt ein Romantiker. Der hat seine alten Plätze gezeigt damals, als ich noch nicht YouTube Paddock war. Genau, Alter. Was hat er gezeigt? Seine alten Plätze? Aber heute kann ich da nicht mehr hingehen. Seine Lieblingsplätze. Plätze? Oh, die hab ich noch genommen. Oh, Plätze. Alter. Ja, natürlich. Ich bin halt ein Romantiker. Kann ich auch nix hören. Oh, so cool. Euer Farm, ne. Euer Farm ist einfach so unter aller Sau. Ich weiß gar nicht, warum ich euch eingeladen habe ins Game. Jetzt wird er wieder Cocky, ey. Cocky? Ja. Hä, du bist doch hier der Cook. Cook. Ich bin richtig schwanzig. Komm, wir ein Geld schon, wir ein Geld schon. Schwanzig. Wow. Oh Gott, ey. Ey, das ist doch gar kein Arzum. Ne. Trotzdem retardiert. Mehr kann ich nicht, mehr kann ich nicht. Ja, hier. Alter Detain. Warte. Ne, mehr kann ich nicht. Sag ich mit Matze, von dem kriegt man so gar nix mit. Nein, der ist abkar. Kuccia, bist du bereit für die krasse Synergy auf der Toplane zusammen? Wir beide gegen den Rest der Welt? Ne. Warum nicht? Weil du schlecht bist. Nein, ganz kaum. Der Matze ist wie Kote. Wir kriegen Tastatur. Das ist eine neue Folge Abenteuer aus der Flucht. Ja. Neis Ripser, wir warten. Gesundheit. Kuccia. Ich glaube, jeder, der zum ersten Mal mein Video guckt, denkt sich jetzt nur, alter, was hat der für Spastis da mit sich im Team? Ne, wer ist denn der Spastis? Ja, ja, natürlich. Auf der Gamescom dürften alle gerne mal ein Foto mit Flester zusammen machen. Nice. Nur sorgst du auch jeder für, dass sie auch ein Foto draufstehen. Flask. Ich mach auf jeder Pose, wo Flask ist, wo Flask drauf ist, mach ich extra so eine Gay-Pose. So richtig mit Zunge raus. Brave Face. Schön Kawaii. Kuccia, ich bin hier, ne? Du kannst dich auf mich verlassen. Ah, ist ja okay. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich muss sagen, dem Kuccia kannst du zu jeder Zeit vertrauen. Wow. Wow, wir haben die Ward echt nicht kaputt gemacht, Kuccia. Lass ich mal kurz zurückgehen. Wow. Wow, reicht. Ich bin gleich wieder da, Perry. Ey, hier. Diana, Diana. Ich bin da, Bro. Ich hab mir nur schnell Ludens geholt. Äh, you're sure? Oh. Natürlich bin ich sure. Ich bin sogar Sugar-Sure. What? Sugar-Sure? Ja. Ist das dein Pron-Name? Ja, ist mein Pron-Name. Ne, mein Pron-Name ist doch Gurke for Life. What the fuck? Was ist los mit dir? Das ist Gurke von Xyfe. Gurke von Xyfe. So ist es. Oh ja, golden! Sweet. Oh, wir sind so goldig. Ja, ist echt krass. Ich dürfte auch mal meinen Bauch streicheln, dann geht bestimmt ein Wunsch in der Füllung. Ich dachte eher den Dick. Nein. Den darf keiner streicheln. Den? Oh Patrick. Außer YouTuber mit vergleichbarer Größe. Oh. Seid ihr bereit? Oh scheiße. Oh wow. Wow. Wow ey. Alter, geh doch nicht zu mir. Ääääääääääääää. Super. Zule ist so ein Mongole ne? Wuuuahhh. Hast du was gegen Mongolen? Ja. Für ne Anti-Made. Ja. Weil die muss noch wegschmeißen war. Der Kucha. Jetzt müssen die aufnahme wegschmeißen. Und ein. Danke. Danke Kucha. Ich schäme mich jetzt schon wieder für meine Leute die ich hier im TeamSpeak habe. Das ist echt nett. Ich bin ja rausgekommen im Gegensatz zu euch. also keine ahnung aber ich bin ja auch nicht so bad hier könnte daran liegen als wir als wir und doch mindestens mindestens einzigste mindestens einzigste ist so ziemlich das schlimmste was man sagen kann echt das schlimmste schlimmste das schlimmste ist das deine wahrheit ist das deine fucking wahrheit ich mach dich tot die familie mach ich tot mit meinen cousins gegen den strich da habe ich extra wahnsinn an seiner kopie gott ist alter die gott ihre die backdauer hin das ist die killen alter guck mal an wie die gleich gebäck dort wird oh mein gott mit ich bin dabei wow meine taster drüben oder oder der gerät oh mein gott they're going they're going the cheese is oozing I stand könnt ihr mir helfen ja warte kutscher komm zu mir bro bro runter 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 kutscher oh der sicker play alter what the fuck die outplayst du die denn what the fuck warum outplayst du die so hart break him topgek wenn der denkt der wäre echo oder was ich bin echo verpiss dich ich wollt grad sagen alter der ist ja komplett aus der falschen zeit pfff sowas von gestern der hat zeitnah das ende gesegnet ja der kommt direkt durch nein alter der 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 macht sich doch mal nützlich xio kann einfach nix ach ne ich hast ja gar nicht ingame scheiße alter ich hab komplett den überblick verloren wer hier mitspielt im alter kutscher das schaffst du alles gleich spiktate euch jetzt und coach euch mit drei minuten delay oh das war not bad xio xio sag ich schon xyv 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 bp und richtiges rindfleisch mit der 良 bei vielen hbbb wie lob er macht sich irgend die diese kurze kleine mini pizza es ist fast so eklig wie wenn ein subway sub einfach hinten bei irgendjemandem im auto liegen lässt das war nur das papier ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich würde ich schwöre 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 ich jetzt wieder eine zielgruppe ändern warum reden wir jetzt gerade die ganze Zeit so ja Multi-Zielgruppen-Kanal habe ich ich bediene jede Zielgruppe geil warum kann ich jetzt auch noch die als ich so nervös Alter du bist so ein Ficker Füße geschossen Alter da ist aber jemand fame ich bin tot warum bin ich eigentlich so ein Noob ich bin mal ganz kurz WVT oh nein WVT weg von der Tastatur weg vom dick woher die Plays von ihm ey gut Leute dann würde ich sagen war es dann für heute schreibt fest in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin haut rein bis dansen auch ich habe hier